Nein, ja. Was ist das denn? Das sieht ja schon geil aus. Das ist so un... Oh, was ist denn das für eine geile Reaktion gewesen? Wie, das war's schon? Das ist nicht viel zu kurz. Oh Gott, ich bin enttäuscht. Okay, wenn das so kurz ist, dann blende ich euch noch das aller 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 erste Video ein. Die erste Folge ist eigentlich nicht die erste Folge. Davor gibt es noch einen Valentins Clip. Das ist kurz nach Release von Apex Legends gewesen. Das geht nur 17 Sekunden, das wollte ich mir eigentlich sparen. Aber mir war nicht bewusst, dass die Clips teilweise so kurz sind. Aber ich muss es einfach nochmal sehen. Sie werden einfach von einem Flyer angeschissen. Ist das geil. Wie Rave ruckzuck unsicher ist und Octane einfach fort. Ist das nur geil. Oh Mann, das kann... Oh Mann, das kann... Oh Mann, das kann... Oh Mann, das kann... So, jetzt wie versprochen noch der Clip zum Valentins... Valentins Event. Es ist so geil, wenn dann auch noch so eine Nintendo-Klassiker-Sounds mit eingebastelt werden von Zelda. Da geht mir einer ab. Es ist einfach mega, mega geil. Und das ist jetzt die offizielle erste Folge von Apex Tomb Crafts. Ich hoffe, euch gefällt diese Reaction-Reihe. Ich habe auf jeden Fall Bock auf weitere Folgen. Bis zum nächsten Mal und rein. Ciao. Stopp's. Spinball Pump